Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du draufgeklickt hast. Ich bin auf der griechischen Insel Alonizos im Mapunte Resort. Und ich sage, wir starten erstmal mit einer kleinen Roomtour. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Pool und schauen uns da mal ein bisschen um. Eine wunderschöne Reise geht zu Ende und ich verabschiede mich jetzt wieder hier aus diesem wunderschönen Resort. Und natürlich darf mein Fazit nicht fehlen. Wie immer natürlich hier am Ende des Videos. Und ich muss sagen, es ist traumhaft. Wunderschön eingerichtet. Alle Zimmer haben natürlich Klimaanlage. Genügend Steckdosen, was mir auch immer wichtig ist. Das Badezimmer ist schön. Ganz besonders die Dusche mit den kleinen Steinchen. Sehr, sehr schön. Der Ausblick direkt hinter mir aufs Meer vom Bett aus. Das ist traumhaft. Also so stellt man sich Griechenland auch vor. Auch der Pool, der ist niedelnagelneu. Wurde vor eineinhalb Jahren erst komplett neu gemacht. Dann der Zugang direkt zum Privatstrand. Toll, immer freiliegender. Die Betten. Wirklich am Pool. Das sind wirkliche Betten. Richtig bequem. Da kannst du mal nachmittags ein kleines Nägelchen machen. Die Küche. Sehr, sehr gut. Macht richtig Spaß. Und was auch noch zu sagen ist, was mir nicht so gefallen hat, das war das Frühstücksbuffet. Ja, frisches Obst nur im Ganzen. Geschnitten wäre schöner gewesen. Auch die Eierspeisen, die waren nicht mehr ganz heiß. Es war ein bisschen kalt. Also da ist sicherlich noch Nachholbedarf. Ich hoffe, mein Video dient auch zur Inspiration. Und was ganz, ganz Tolles. Eine wunderbar herzliche Inhaberfamilie. Also wirklich, da ist Gastfreundschaft kommt vom Herzen. Mit viel Liebe zum Detail. Also ich bin absoluter Fan. Nicht nur hier von der Insel, die ja sehr traditionell ist, sehr ruhig. Also nicht so eine Partyinsel wie Milkonos, sondern eher Natur pur. Man merkt ja auch noch, man hört ja auch, es ist die Grillenzirpen. Also sich ist Natur einfach angesagt. Erholung und Entspannung. Und natürlich die typische, leckere griechische Küche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser, hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Ihr wisst, landsca courts, was ihr wisst euch mal draufklickt.